Ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Und damit ein herzliches willkommen zurück beim Let's Play von Happy Wheels Whoa, das war mal ein langes Jahr Gut, wir sind jetzt, äh, bei den Community Levels Ja, warum auch nicht, ne? So muss das sein. Ich hab den Sound so laut eingestellt. Mal wieder, immer das gleiche. So, und zwar hat sich Tutorials and more gewünscht, auch, nee, Quatsch, MB Zockt hat sich gewünscht, Mr. Nicodem AP 99 Person Impossible 2 von Tutorials and more 98. Ähm, als weitere Information, das Special war mega geil. Ja, dankeschön. Dafür sind Special da. So, Brauslevels, Autorname, Tutorials and more. Bitte lass es jetzt gehen. Es sieht eindeutig besser aus als letztes Mal, als gestern, weil gestern ging gar nichts. Ich geh in Level hinein, was passiert als erstes? Genau. Au. Ey, das ist doch ein die behinderte Map, das ist doch scheiße. Das ist scheiße. God awful. So, Exit to menu. Tut mir leid, aber das ist ja, meh. Ne. Das ist nicht 99, Person Impossible, das ist impossible. So. Gewünscht von... Moment. Wo... machen wir? Das war... Ja, okay. Wir machen jetzt erstmal keine Map, die für mich gebaut ist, sondern eine andere. und zwar gewünscht von Philipp, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Time Machine Part 2 von Kirby Pwnage. Aber ich glaube, die Map hatten wir sogar schon. Bin ich mir sogar ganz sicher. The Time Machine. Wo haben wir es denn? Hm. Hauen den Männchen, Hauen den Männchen, Hauen den Männchen. The Time Machine Part 2. Hm? Ich glaube nicht, dass wir das hatten. Achtung. Es gibt Risiken. Ähm. Dass sie, ja, Teile verlieren könnten. Also, müssen sie alle einsammeln. Um sicher zurückzukommen. Naja. Viel Glück. Papi, was meinte der Wissenschaftler? Ich hab keine Ahnung. Wie heißt du ich? Ahhhh. Oh Gott. Tja. Das ging zu schnell. Machen wir nochmal. Und zwar noch schneller. Papi. Gart ruhig. Papi. Tut mir leid, aber das geht nicht anders. Lass mich nicht zurück. Das geht nicht anders. Es tut mir so leid. Wo bin ich überhaupt? Hä? 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 Ich habe einen Punkt vergessen. Verdammt. Ahhhh. Papi. Doch, ist schon in Ordnung, Kindchen. Ich hol dich später ab. Ohhhh. Zurück. Zurück. Hä? Äh. Gut ausgewichelt. Komm her. Haha. Sehr schön. Ja. Einsammeln. Und äh. Schöner Wasserfall. Nicht wahr? Warum näh dich eigentlich mit mir selber? Ich weiß es nicht. Papi. Ich hör dich, Kindchen. Please ask me a question. Okay. Wie weit ist das Blau vom Ozean entfernt? Ja, das sollst du mal beantworten. Schönes Level. Auf zum nächsten. Egal. Auf zum nächsten Level. Gewünsch von. Kein Username vorhanden. Verarscht. Ah. Okay. Ähm. Mr. Nicodem LP. Pog. Extreme. Von. The Joy Checker. Ähm. Sollte eigentlich Mr. Nicodem LP. Pog. Pog. Extreme heißen. Er tut's doch. Ach so. Nicht extra, sondern extrem. Aha. Natürlich. Das ist auch viel sinnvoller dieser Name. Was hab ich jetzt falsch hier eingegeben? Nein, das ist richtig. Hm. Also, das hab ich jetzt nicht verstanden. Egal. Gut. Pog. Extreme. Ne. Doch. Pog. Extreme. Los. Ja. Ähm. Joachim. Los. Ja, ja. Ja, ja. Hui. Und jetzt muss ich hier dran vorbei entscheiden. Nicht wahr? Ist das so? Ist das der Fall? Naja, dann sollten wir das mal machen. Ist übrigens bei euch eigentlich ein neues YouTube-Layout. Ich hab da irgendwas mitbekommen, aber ich hab noch nix derartig Neues oder so. Hm. Naja, egal. Jo. Okay. Jetzt hier rüber, nicht wahr? Hier rüber. Huuu. Verdammt. Okay, das wird schwerer als gedacht. Huuu. Ah. What? Huuu. Yes. Huuu. Oh, nö. Wie soll man das denn schaffen? Huuu. 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 Ja. Ah. Ah. Geschafft. Huuu. Ach du Scheiße. Was soll das denn werden? Nun gut. Wenn sie meinen. Huuu. Huuu. Ich will hier aus dieser Matrix raus. Du bist nicht in der Matrix. Wo denn? In einer anderen Dimension. Ist das nicht die Matrix? Nein. Die Matrix ist nochmal eine andere Dimension. Aber dann ist doch die Matrix eine andere Dimension. Äh. Nein. Es ist was ganz anderes. Was? Halt die Klappe. Oh. Ich hab doch gar nicht. Halt die Klappe. Ich hab doch gar nichts gesagt. Verdammt. Ah. Da liegt also das Problem. Yeah. Okay. Huuu. Nein. Okay. Huuu. Yes. Oha. Oha. Das müssen wir jetzt auch packen. Ja. Okay. Das ging ja noch. Nächste. Hoppa. Oh. What? Naja. Okay. Da geht es eigentlich auch anders entlang. Huuu. Tja. So geht es auch. Nää. Schön. Tja. Das war die Map. Die haben wir auch geschafft. Hey. Das ist die erste Pogon Map. Aufs Decke Cursed Map. Die ich geschafft hab. Glaube ich. Glaube ich. Oder? Nein. Es gab noch andere. Aber trotzdem. Egal. Ich hab's geschafft. Der Eiskiller. 999. Hat sich gewünscht. Okay. Er heißt er jetzt anders. Wie nochmal? Egal. Äh. Bike Race. Von. Iron Master. Ich glaub... Haaa. Okay. Bike Race. Na? Sehr schön Äh, ah, da Gut Was auch immer das für ein Level ist Ah, Papi, wir müssen gewinnen Überhol den Schwarzen Kindchen, was sollte das denn heißen? Ich hab doch gesagt, du sollst den Schwarzen überholen Aber was sollte das heißen? Wieso unbedingt den Schwarzen? Die Schwarzen dürfen nicht erster werden Da ist noch einer, überhol ihn Kindchen, ich weiß nicht, was der Problem ist Gegenüber Schwarzen Ich habe keins Warum sollen wir sie dann überholen? Warum dürfen die nicht gewinnen? Die sind ebenso Menschen wie wir alle anderen auch Sie sind schwarz Das hat nichts mit der Farbe zu tun Ah Oh Gott Erster Juhu So geht das Nicht schlecht So Gewünscht von I Love Schalen Okay Mr. Nicodem LP Don't move Von LOL 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 Das Schalen wird Wie Schalien Ausgesprochen Schalien Aha Immer diese komische Bemerkung dabei Na gut Don't move 5 Sterne 700 mal gezockt schon Bitte warten Hey Sag, ob es gut war und ob ich normal nur mit Fleischfabrik hochladen soll Damit es mehr Klicks bekommt Ach ja Hey Mr. Nicodem LP Heiliger Scheiße Was kommt denn da alles runter Was soll denn daran so toll Hä Hier Was Hier ist doch gar nichts passiert Verstehe ich nicht Ne Verstehe ich nicht Tut mir leid Gewünscht von Larissa Main Robeswings von Mario Matthias Ähm Robeswings gefallen mir immer Muss ich sagen Also Robeswings sind immer gut Wenn ich mal hier Robeswings finden würde Wäre es aber noch besser Robeswings Robeswings Das ist aber falsch Das heißt Robeswings Da Robeswings Von Mario Matthias 185.000 Ui Was ist das denn Oh Das ist das Flaschen Oh Okay Au 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 Oh Verschlein Oh Na 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 Gut Gut Jetzt Okay Gut Nein 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 Oh Nein 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 Verdammte Kacke Jetzt kommt schon Tja Das ist aber gestolpert Oh 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 Nein Du musstest auch Das Seil packen Nicht nur springen Jaja Ich weiß Was weißt du Ich Nix Nein Alter Der ist ja zerstückel In allen Formen Ich guck dir jetzt einfach mal nicht hin Was zur Hölle Warte Du hältst dich fest Und reißt dich heraus Sehr schön Hat gek Nicht wahr Gefährlich Superman Verdammt ey Nicht zu fassen ey Das kann doch nicht sein Okay Jetzt 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 aber Bro like In sterben Wie hab ich das geschafft Gar nicht Okay Gut so ist Oh Mann ey Yes Nein Wir schaffen dieses Ein Glas Ding Nicht Ist doch nicht wahr Nein 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 Was zur Hölle Ich komme hier nicht raus So Jetzt aber So Ciao wieder So Mitsprung Oh Scheiße Was ist das jetzt Bier raus Gut Atmen wir Und jetzt Oh Schön Schön Festhalten Au Nichts da Immer diese eine Stelle Nein Ist doch nicht wahr So Komm schon Zeig's mir Ja Er schafft So muss das sein Auf zum nächsten Level Oh Der Gumball Er hat sich gewünscht Mr. Nicodem AP Sword von Gumball Kann auch Sword An deinen Namen Geschrubben werden Aha Okay Äh Was Hatten wir das nicht schon Nein Glaubt nicht Weiß ich nicht Werden wir sehen Egal Ich mach's jetzt Wir nehmen Demo Typ Watsche Hölle Oh Vielleicht loslassen Hier Gut ausgewichen Na dann halt so Lässt du mal los Was ist geschehen Bitte pass dich auf Mister Worauf denn Auf die Schwerter Da Oh Oh Gott Hoppla Die Schwerter Oh Warum passiert das Soll man sich beeilen Komm nur her Komm nur her Nein Ach du scheiße Das geht auch noch Auf Zeit Oder was Ja ganz schnell Hier nach hinten So Ich wech dich aus Ich nehm ein Schwert mit Das benutzt Zum Ausweichen Okay so geht's auch So lass mich durch Ja Oh oh Verschalten Nein Ist doch nicht wahr Tschüss Komm schon Ich will nicht mehr Nein Lass mich Wo kommen wir eigentlich Wann kommen eigentlich Die Samurai Egal War nicht schlecht Das Level Aber Warum kam da auf einmal Schwert herunter Ich schenk's nicht Egal So Wir machen jetzt noch ein Level Und zwar Gewünscht von Redicross Quality Meat Factory Von Crazy Monkey Ist das nicht das Ich weiß nicht Wer will sehen Es gibt ja mehrere Fleischfabriken anscheinend schon Aber nicht bei ihm Doch da ist es Wir nehmen Oh ja Den Weihnachtsmann Oh Gott Oh Gott Ähm Was müssen wir jetzt machen Ich glaube loslassen oder Oh ja Oh ho ho Was ist da unten los Mami Wie kam ihr hin Ich will Ich will Ich will Da unten hin Ganz ruhig Kindchen Hier raus Egal Oh Ich will hier auch raus Verdammt Aua Oh Gott Alles Alles geht ab hier Äh Los Kindchen Macht mir nach Wir machen jetzt ein paar Teeleübungen Alles klar Mami Was tut aber so weh In die Meine Hände Ach Kittchen Du bist doof Festhalten Ach Geht gar nicht Oder Nein Nicht an mir festhalten Vorsicht Kittchen Du zählt mir ab Oh Gott Aua Du bist so leid Das war nicht extra Das Ja Kannst du Meine Mama erzählt Ich bin deine Mutter Das hat nichts mit dem einen Und dem anderen zu tun Oh jetzt habe ich auch noch meine Tage Verdammt Aua Mami Da kommt aber ganz schön viel raus Das kommt davon Wenn man mir ein Bein abkreist Da hat man seine Tage What Ich nehme mal einen anderen Charakter Das geht so nicht Näää Nein Nein Der arme Tja Tut mir leid aber Los Menschen Arschbombe Ich habe überlebt Moment Da ist alles nur noch Fleisch Oder Oh ja Zack Boah was geht jetzt ab Eie Ja Also da bekommt man ja schon Heilige Scheiße Wie geil ist das denn Ah Okay Wir wollen doch mal hier Äh Ein bisschen Fleisch zu bereiten Als nächstes Werden die Fleischsorten Alle Artgerecht Sortiert Danach werden sie Noch mal weiter Zercruncht Falls sie immer noch Zu große Stockchen sind Und danach werden sie In einer Nochmals Äh Weiß ich gar nicht Warum hat man sowas getan Und Naja Anschließend Wenn alles vorbei Alles verarbeitet worden ist Kommt in den Lastwagen Und wir zu McDonalds gebracht Oder zu Iglo Und damit Sag ich Raunse Leute Bis zur nächsten Folge Moment Iglo ist ne Fischmarke Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.